Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin pumpt ohne Ende. Wir befinden uns mittlerweile bei 36.750 US-Dollar, haben unser Rising Wedge nach oben hin rausgenommen, ist aber noch kritisch. Warum? Geben wir jetzt auf jeden Fall im gleichen Video nochmal ein. Long-Position, muss ich auch gleich nochmal was dazu sagen, die wurde wieder, ich glaube um 10 oder 20 Dollar nicht abgeholt, also ich könnte kotzen, ich bin jetzt hinterher gesprungen, ausnahmsweise mal. Aber gut, Bitcoin auf jeden Fall am Pumpen, setzt sich das vor, trotzdem wird es die 40.000 US-Dollar-Marke, das schauen wir uns auf jeden Fall im Video an. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Like da lassen, Abo da lassen und auf jeden Fall gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr Bock auf Updates, News, Charts, Analysen, was weiß ich alles, kommt da gerne rein, den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Gestern außerdem noch ein kleines IOTA-Update gemacht, also wer sich vor allem konzentrisiert, schaut euch das auf jeden Fall gerne an. Ansonsten, ja, gehen wir rein in die Analyse, Bitcoin bei 36.750 US-Dollar und ihr seht es auf dem 4-Stunden-Chart hier, wir haben unser Rising Wedge rausgenommen. Es gab wieder einen deutlichen Impuls. Gestern wieder so ein bisschen die Gerüchteküche, ich muss mal ganz kurz gucken, ob ich es finde hier, genau. Anscheinend hat sich jetzt wieder so ein kleines Fenster geöffnet, in dem die SEC möglicherweise ein Bitcoin ETF genehmigen kann, heute bis in den nächsten 8 Tagen. Das hat natürlich wieder dazu geführt, wieder ein bisschen mehr Euphorie hier im Chart und Daily auf jeden Fall eine schöne, fette Daily-Kerze, zumindest was derzeit ist. Wir sollten uns aber nicht zu früh freuen, deswegen bin ich jetzt hier auch auf den Daily-Chart gegangen, denn wir haben unser übergeordnetes Rising Wedge. Wer sich die Videos die letzte Mal immer angeguckt hat, das ist unser bearisches Chart-Pattern. Es muss nicht bearisch ausspielen, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Trotzdem bearisches Chart-Pattern, bearisch der Virgin, zumindest auf dem Daily-Time-Film über mehrere Tage jetzt schon hinweg. Weniger Volumen, also weiterhin Vorsicht geboten. Wir haben noch kein Daily-Breakout hier, aber es ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir hier ausgebrochen sind. Sollte das jetzt wirklich so standhalten, haben wir auf jeden Fall locker Zeit bis ungefähr 37.000 bis 40.000 US-Dollar. Und ich sage es euch, das kann jederzeit jetzt einfach nach oben hin ballern, vor allem die 37.500. Das wäre dann die Ineffizienz, die ich hier noch auf den Daily-Chart zu füllen gäbe, wäre jetzt erst einmal das nächste Ziel. Und bis dahin sollte es jetzt auch erst einmal weiter nach oben hin gehen. Ansonsten gehen wir in die kleineren Time-Films rein. Wie gesagt, ich habe gestern ja eigentlich die Analyse gemacht, wenn ich es euch jetzt noch mal ganz kurz einzeichne hier, FIP-Level bis zu unserem gestrigen Top. Da seht ihr, okay, Golden Pocket wurde hier um, es waren sogar nur 10 Dollar nicht abgeholt. Also das war ja eigentlich so das Hauptziel zwischen Golden Pocket und eben 0.786er. Wurde eben nicht abgeholt um 10 Dollar. Ich bin dann hier oben irgendwann nochmal reingesprungen, weil es mich dann angekotzt hat. War aber kein Signal, weil das Risiko einfach zu hoch war, dass wir hier nochmal nach unten hin durchbrechen. Auf jeden Fall haben wir es jetzt geschafft, schön impulsiv nach oben hin durchzubrechen. Volumentechnisch muss man aber auch dazu sagen. Und das ist der kleine Faktor, der mich hier momentan noch stört. Das heißt, alle, die momentan in einer Long-Position sind, Stop-Loss-Entry, nehmt auf jeden Fall Profite. Volumen geht ein bisschen zurück. Natürlich war dieser Move jetzt schön, auch bei den ganzen Altcoins. Guckt euch Chainlink an Chainlink, kurz vor unserem ersten Take-Profit. Solana wieder am Pumpen, der ganze Altcoin-Markt auch momentan am Pumpen. Volumen ist derzeit noch nicht so hoch. Deswegen ein bisschen Vorsicht sollte hier meiner Meinung nach noch geboten sein. Wir haben auf jeden Fall jeglichen Widerstand nach oben hin jetzt erstmal rausgenommen. 1.618er von dieser Abwärtsbewegung auch erstmal rausgenommen. Also vorsichtig sein. Wie gesagt, das Ziel hier oben mindestens die 37.300, 37.400. Maximum die 40.000 US-Dollar. Bearish der Virgins auf dem 1-Stunden-Timeframe liegt noch nicht vor. Wir haben sogar das höhere Hoch hier nochmal rausgenommen im RSI. Positives Zeichen. Gehen wir nochmal in den 4-Stunden-Timeframe. Wie sieht es dort aus? Hier auch überhaupt keine Anzeichen. Außer wir spielen das ganze Spiel hier noch ein bisschen weiter zurück. Das heißt, da müssen wir aber schon zum 24. Oktober zurück. Dann könnten wir sagen, höheres Hoch, niedrigere RSI. Aber da wir uns im Moment noch in dieser Impulsbewegung drinnen befinden, würde ich hier momentan von irgendwelchen Short-Positionen erst einmal abraten. Das heißt, genießt es. Short würde ich sowieso in solche impulsiven Bewegungen überhaupt nicht reingehen. Macht keinen Sinn, weil im Endeffekt ist es nur euer Kapital, was den Weg dann weiter nach oben hin schürft. Ansonsten sollte noch jemand eine spannende Long oder beziehungsweise eine Risky Long suchen, wäre eine nächste Entry hier ungefähr bei 35.700 US-Dollar. Das ist so eine Zone, die könnte ich mir nochmal im Laufe des Tages vorstellen, weil wir hier eine schöne Demandzone haben. Und wenn wir diese Box hier noch ein bisschen weiter in die Vergangenheit ziehen, sehen wir auch, dass wir hier schon zweimal massiven Widerstand hatten, abverkauft wurden. Deswegen wäre es sinnvoll, meiner Meinung nach hier gegebenenfalls nochmal einen Rücksetzer zu sehen. Und von hier aus dann, sag ich mal, den nächsten Pump nach oben hin zu kriegen. Also das ist mal ein Blick behalten für euch. Haltet euch nicht ganz an die Boxen. Versucht auch in Entry vielleicht 10 oder 20 Dollar ein bisschen weiter nach oben zu setzen, damit es euch nicht so wie mir geht. Ansonsten, Ethereum auch am Pumpen, hat sich hier aber auch nicht unsere Box geholt. Ihr seht hier, was wir besprochen haben. Leider nicht abgeholt hier wieder, kotzt mich auch ein bisschen an. Aber gut, ist halt so, dann lieber nochmal Bitcoin hinterher rennen. Aber es sieht momentan auch relativ bullisch aus. Auch hier natürlich mit einer leichten Bearish Divergence, da müssen wir aber schon ein bisschen mehr wieder in die Vergangenheit reingehen. Also würde ich momentan nicht zu überstrapazieren, diese Bearish Divergence oder halt auch nicht zu sehr hoch gewichten. Das Ziel ist, weiterhin hier oben die 1.980 US-Dollar, die kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass wir diesen Bereich hier eben nochmal nach oben hin rausnehmen und dann erst eine mögliche Korrektur kommt. Ansonsten, kurzfristig, wenn irgendjemand eine Long will, können wir das gleiche Spiel wie bei Bitcoin machen. FIP-Level ziehen, dann wäre hier nochmal eine Chance bei ungefähr 1.900 US-Dollar, dass sich hier nochmal die Liquidität geholt würde und dann nach oben hin der Pump fortgesetzt würde. Würde einigermaßen dazu passen, dass wir hier nochmal diesen ehemaligen Widerstand nochmal als Support eben bestätigen. Ansonsten, ja, tut sich relativ wenig. Gold, deutlicher Abverkauf derzeit oder hat jetzt mal das Ziel erreicht. Short, wie gesagt, wurde ausgestoppt. Ich bin da nicht nochmal hinterher gerannt. Jetzt im Endeffekt wäre er perfekt gelaufen. Aber gut, ich überlege derzeit hier die Long-Position zu verdoppeln. Entweder hier oder dann eben doch nochmal ein bisschen tiefer bei 1.930. Es gibt ein bisschen Entspannung im Nahen Osten und sowas und auch USA. Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wie gesagt, ich überlege die Gold-Position hier jetzt dann langsam zu verdoppeln. Vielleicht machen wir auch zwei Verdoppelungen. Eine hier und eine hier. Dann haben wir so ungefähr im Preisbereich von 1% abgedeckt. Ansonsten bleibt mir heute nichts mehr zu sagen. Später kommt noch ein kleines oder ein größeres Update zu New Eternal Live zu dem Presale. Freut euch auf jeden Fall darauf. Da tut sich einiges. Wir stehen kurz vor Launch. Also seid auf jeden Fall da am Start. Ich glaube, das Video kommt um 15 Uhr online. Freue ich mich riesig drauf. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, wünsche ich euch einen entspannten Tag. Hoffen wir, dass Bitcoin nochmal eine kleine Korrektur gibt. Vielleicht kriegt man dann unsere Chance für eine Long-Position. Und ansonsten steht heute wenig an. Donnerstag noch zwei Tage arbeiten. Und dann ist schon wieder Wochenende. Also, schönen Tag wünsche ich euch. Erfolgreichen Tag. Like da lassen. Abo da lassen. Telegram-Gruppe join. Und ja, dann war es das von mir. Wir hören uns dann später zum New Eternal Live Update wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay.